Hi, mein Name ist Christian Neuer zu Ehrengassen. Ich bin Professor für Illustration am Campus Hamburg der University of Europe for Applied Sciences und ich möchte euch heute etwas über den Studiengang Illustration und über Illustration im Allgemeinen erzählen. Und was ist denn jetzt eigentlich Illustration? Ist das nur ein Bild? Nein, es ist schon sehr viel mehr. Also Illustration ist, würde ich sagen, eine Art zu denken und auch eine Art, die Welt aufzufassen. Im Studiengang Illustration trainieren wir einfach die Fähigkeiten, die benötigt sind, um nach dem Studium erfolgreich als Illustrator oder einfach auch als jemand, der eben visuell ausgezeichnet ist, arbeiten zu können. Das Ziel ist, dass nicht am Ende alle dasselbe können und alle dasselbe machen und sich für dieselbe Aufgabe qualifizieren, sondern, und das gelingt uns eigentlich auch sehr gut, freuen wir uns, wenn am Ende des Studiums möglichst unterschiedliche Arbeiten, möglichst unterschiedliche Positionen und dadurch natürlich auch möglichst unterschiedliche Perspektiven ins Berufsleben sich abbilden. Wer qualifiziert sich denn eigentlich für das Studium der Illustration? Das sind im Allgemeinen Leute, die zeichnen, die nie aufgehört haben zu zeichnen, die eine besondere Faszination für alles Visuelle haben und natürlich auch eine Faszination für illustrative Formate. Ich würde mich freuen, euch am Campus hier in Hamburg begrüßen zu dürfen. Bis bald! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!